Der Blutdruck. Über ihn herrscht immer noch ein weit verbreiteter Irrklaube. Alte Faustregeln wie 100 plus Lebensalter sind längst überholt und vor allem gefährlich. Also wir versuchen natürlich immer Blutdruckwerte unter 140 zu 90 zu erreichen. Unser Zielblutdruck liegt bei 130 zu 80. Blutdruckwerte über 140 zu 90 muss man therapieren. Doch wie hoch ist mein Blutdruck? So wie Hermann Börmelin spüren wir die Gefahr nicht. Er fühlte sich trotz Bluthochdruck pudelwohl, als könne er Bäume ausreißen. Am Anfang habe ich auch nicht so gemerkt, den Bluthochdruck. Erst als ich mal zum Hausarzt gekommen bin, der Checkmacherloh, dann hat sich festgestellt, dass der Blutdruck zu hoch ist. Das ist das Gemeine am Bluthochdruck. Wir spüren die Gefahr nicht. Deshalb nennt man Bluthochdruck auch Silent Killer, den stillen Mörder. Das heißt es vor allen Dingen, weil Bluthochdruck als Erkrankung ganz selten Symptome macht. Das heißt, wir wissen oft gar nicht, ob der Patient oder die Patientin Bluthochdruck hat, wenn wir es nicht akut messen, weil es eben keine Beschwerdesymptomatik macht. Wie entsteht Bluthochdruck? Das Alter spielt eine große Rolle und ganz entscheidend beim Bluthochdruck die Ernährung und die Bewegung der Patienten. Zumindest so viel ist sicher. Man weiß gar nicht so richtig, wo der Blutdruck herkommt. Das sind die Lebensumstände, die man aber auch teilweise modifizieren kann. Der Lebenswandel, ich sage nur Nikotinkonsum, Alkoholkonsum, Kaffeekonsum, körperliche Bewegung, Stressreduktion. Das sind alles Faktoren, die sich auf den Blutdruck auswirken, die aber sehr gut modifizierbar sind. Welche Folgen kann Bluthochdruck haben? Die Gefahren werden oft unterschätzt. Bluthochdruck kann, vor allem wenn er über Jahre unentdeckt bleibt, massiv die Gefäße schädigen und damit die Funktionsfähigkeit vieler Organe beeinträchtigen. Die Hypertonie oder eben der Blutdruck ist eine Systemerkrankung. Das heißt, alle Organe, das Gehirn, das Herz, die Gefäße, aber auch die Nieren, andere Gefäße ebenfalls sind betroffen, weil sie alle diesem dauernden Stressor, Hypertonie, Bluthochdruck ausgesetzt sind. Bei Hermann Birmelin war sein Herz betroffen. Auch das keine Seltenheit bei lang anhaltendem Bluthochdruck. Die Gefäßwände am Herzen werden geschädigt, sie werden steifer, aber können nicht mehr so gut pumpen. Wir sehen am häufigsten eben die Schädigung der Herzmuskulatur. Die Herzwände werden verdickt, wie einfach ein dicker Muskel, der dann schlechter pumpen kann. Das heißt, wir haben hier einen Teufelskreislauf. Blutdruck steigt, die Herzwände werden dicker, die Gefäßwände werden steifer und der Blutdruck steigt weiter. Bei Hermann Birmelin wurde sein Bluthochdruck spät, aber nicht zu spät erkannt. Welche Warnhinweise gibt es? Man sollte immer dann aufmerksam werden, wenn man z.B. unter chronischem Kopfschmerzen leidet. Dann sollte man mal nach seinem Blutdruck gucken lassen. Auch wenn man merkt, dass einem ein Pochen im Körper spürt oder ein Augenflimmern, das sind Zeichen, Symptome eines sehr hohen Blutdrucks. Das sollte spätestens zur Abklärung führen. Man sollte sich aber auch dann untersuchen lassen, wenn z.B. Blutdruckerkrankungen in der Familie bekannt sind. Hermann Birmelin geht es wieder gut. Er hat einen Stand am Herzen bekommen und nimmt regelmäßig Medikamente. Bluthochdruck ist, wenn er einmal erkannt ist, gut behandelbar. Wenn ich das dann verändere, und das ist die tolle Nachricht für unsere Patientinnen und Patienten, dann kann man eventuell in einer initialen Zeit, mit der man Medikamente braucht, seinen Lebensstil anpassen, sich körperlich fitter machen, Gewicht verlieren. Das ist auch für viele andere Erkrankungen gut, auch für das Gefühl, das wir ja fürs Leben brauchen. Sogar auf Medikamente wieder verzichten oder sie wenigstens reduzieren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020